In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mithilfe des Roulette-Piloten-Permanenten vom Online-Casino im Echtgeld-Modus aufzeichnen können. Als ersten Schritt starten Sie den Roulette-Piloten. Danach können Sie eines von über 100 Roulette-Pilot unterstützten Online-Casinos starten. Welche Online-Casinos unterstützt werden, finden Sie im Casino-Register des Roulette-Piloten. In unserem Fall haben wir das Europa-Casino im Echtgeld-Modus geöffnet. Wie Sie sehen, haben wir uns für das französische Roulette am 10-Zent-Tisch entschieden. Danach öffnen Sie das Casino-Register des Roulette-Piloten und wählen das entsprechende Online-Casino aus. Nun wählen Sie im Kontrollcenter des Roulette-Piloten, Permanenzen in tägliche oder gemeinsame Datei speichern. In unserem Fall haben wir uns für die tägliche Datei entschieden. Wenn dies erledigt ist, aktivieren Sie die Automatik und klickt drehen. Die Permanenzen werden ab jetzt in eine eigene Datei gespeichert. Sie können nun beliebig lange Ihre eigenen Permanenzen im Echtgeld-Modus aufzeichnen. Abschließend möchten wir Ihnen noch zeigen, wo Sie die Permanenzen wiederfinden. Dazu öffnen Sie im System des Roulette-Piloten die Einstellungen und klicken auf Zeigedaten-Pfad. Hier finden Sie den Ordner Permanenzen, in welchem Sie die aufgezeichneten Permanenz-Dateien wiederfinden. Sie können Ihre aufgezeichneten Permanenzen selbstverständlich auch mit dem Casino-Simulator sehr einfach wieder abspielen. Dazu aktivieren Sie den Permanenz-Player und importieren Ihre abgespeicherten Dateien in den Casino-Simulator des Roulette-Piloten. Somit können Sie Ihre Strategien und Systeme mit Echtgeld-Permanenzen von beliebigen Online-Casinos beliebig oft testen und fein justieren. Wir wünschen Ihnen wie immer viel Erfolg und Glück! Wir wünschen Ihnen den Permanenz-Dateien. Wir wünschen Ihnen die Permanenz-Dateien. Vielen Dank.